Willkommen zurück zu... Warte still Matel! Hier läuft einer. Wir sind hier bei der Polizei. Wenn das keiner reinkommt. Bei mir ist einer. Halt! Alter Scheiße! Was ist Scheiße? Dass ich hier nicht wegkomme. Immer noch nicht. Der kann mich gerade zu machen. Hat der auf dich geschossen, Sati? Ich bin tot. Ich glaube ja. Alter Schwede. Aber ich habe den einen noch nicht einmal in dem grünen Haus gesehen. Das ist doch voll Pies, ey. Die haben sicher hinten reingeschaut. 100%. Ich gehe hier draus, wenn er sieht, wie der vom grünen Haus auf rechts grenzt ist. Fuck! Meinst du durch da durch oder was? Ja. Hat der eine wahrscheinlich eine Überkundschaft und hat gesagt, schieß in die in die Ecke. Ja. Mein Freund, see you! Klappe! Verwarten uns. Verwarten uns. Verwarten uns. Verwarten uns. Ja, ist egal. Der kann ja nicht beim Haupteingang und beim Nebeneingang einer. Ne, eben nicht. Ich bin der Einzige, der gerade am Eingang kommt. Nichts. Micha ist oben. Aber wenn ich sage, my friends, ich muss die auf der... Die Blechhütten hat nur einen Ausgang und die ist Richtung Meer. Ja, kann sein. Verwarten, wo bin ich da? Redfield, wie lange brauchst du denn, ob sie da ist? Ich brauch ein Opfer. Guck mal, ich bin schon fast wieder equipped. Ich hab schon Long Range. Alter. Voll stopp, ey. Kannst du das hier unterstützen? Ehrlich nicht, ich hab Angst. Also liebe Fans, es tut mir echt leid, dass ihr hier die ganze Zeit nur die Treppe seht, aber ich hab echt keine Lust da rein zu trennen und einen auf, äh, was weiß ich, zu machen. Chack, noch was verarmen. Ach klar, du warst, wo ich bin. Bist du da am steppen? Ja. Alter. Ich bin in Svetlajask. Wo bist du rettet? Wer rennt sie noch? Ich hab Angst, ich will nicht. Ihr schafft das, Jungs. Der hat die bessere Waffe als ich. Der macht nen Angsthasen doch auch. Ne. Dann lieber sterben. Dann lieber sterben, wie ein Mann. Jumpen wie ein Mann. junger hoppt. Wie? Nee, ich hab viel verloren. Ich habe Steichwälzer. Ja, dann zieh mal. Ah, ich habe den längsten. Ich meine, das war jetzt auch mal wieder fällig. Vielleicht sind die ja auch gut gewesen. Hat der richtigen erwischt. Wie lange brauchst du noch, bis der Elektro-Rett wird? Ich renne jetzt nicht durch. Das bringt mir nichts. Dann bin ich tot. Nee, nee. Das musst du schon. Ja, ich muss eh nichts zu futtern haben. Nee, wir haben ja alles. Du kriegst ja von uns, wenn du überlegst. Renn einfach durch die Polizei rein und sag gleich, wo du einen gesehen hast. Und dahin, wo du gestorben bist. Nee, nee, da nicht. Da sind die. Haben wir dein Loot mit allen. Die habt ihr schon gelootet, glaub mir. Die hatten schon alle. Und? Ich glaube auch, dass die schon alles hatten. Und? Ich würde die trotzdem loopen. Die Leiche verstecken. Ja. Außerdem hatte ich 160 Schuss für die inneren 9mm. 80 Schuss. Nee, mehr als 80. Ich glaube, 118 Schuss für die Mosin. Aber davon hatte keiner Mosin. Ja, also... Ich mach jetzt nicht krach. Wo sollen die hier reinkommen? Oh. Soll ich mal sprechen? Mach doch. Okay. Aber nicht viel. Hey, Guys. Komm inside. We wait. Und das sind die nicht mehr tippen. Oder immer mal los. Wie weit. Aber nicht. Wieso? Also wenn die jetzt nicht wussten, dass wir da sind, jetzt wissen sie es. Ich glaub da geht bei einer drauf. Scheißegal, ich red mich da kurz auf und egal. Also liebe Zuschauer, wenn ich mich kurz aufrege, nehmt mich nicht ernst. Weit mit, wo bist du im Perazino? Ich lauf jetzt gerade raus auf der Straße. Warum? Wo bist du? Ich komm jetzt nach Perazino, ich war ins Wetter erst. Ja, Ufer. Direkt am Ufer. Komm runter, die Straße. Direkt an der Küste. Ich weiß ja nicht, wie lange ich, wann der Serverneustart ist. Ich bin jetzt in der Höhe Schiff oder so. Bei Schiff erst? Ja. Ich weiß nicht, wann der Serverneustart ist, sonst würde ich nämlich jetzt meinen Rucksack ablegen und einfach runtergehen. Dann? Ja, und dann kann jemand anders meine Klamotten retten, mit zu viele Protector-Cases, die da drin sind. Ich hab insgesamt vier Stück. Ich hab jetzt mal noch einen Kennerrad mit. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück hab ich. Plus Moneybox. Wenn wir irgendwo hinschmeißen können, ne? Ja. Das ist, glaub ich, die beste Lösung. Ja, sagt die, soll ich jetzt warten, oder? Die kommen jetzt zur Polizei. Kommen die? Ja. Vorne oder Seite? Äh, die sind von vorne gekommen. Aber ich weiß nicht, von wo sie reinkommen. Ich seh's jetzt nicht mehr. Da nach vorne und da nach hinten kommen wir, glaub ich. Auch so machen. Fuck. Ich mit meiner großen Fresse. Soll ich warten, sag ich? Ja. Zum Strand, oder wie? Alter, ich bin mir hustler. Ja, da hat jemand auch gesnipert. Fuck. 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 Der letzte ist. Ich bin echt da. Ich saß hinter der Absperrung. Warte mal, der redet mit uns. Oh, mir geht's wieder gut. Alter, liegt hier. Legt hier. Legt hier. Warum so feindselig? Halt, 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 halt. Was? Warum so feindselig hier? Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Aha, 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 aha. Oh Gott. Haha. Warum ist los? Alter, die quatschen mit mir scheiß, weiß ich nicht. Sind keine Deutsche, glaub ich. Manu, ja, 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 ja. Können wir nicht umtreffen. Treffer, Perk. Hä? Ich noch nicht. Also höchstens den Kopf, aber ich glaube, ich tue es. Wenn ich sterbe, sterbe ich und dann ist gut. Weil geduckt auf der Treppe. Liebst du schon wieder, also bist du schon wieder wach? Ja, war alles grau. Alles ist schön grau. Alles mal hier. Alles. Eigentlich ist das scheißegal, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns echt verarschen lassen. Alter. Wieso denn ich lieg hier oben? Wo kann man denn hier reinschießen? Wo kann man denn die Wände geschießen? Ja, ich glaube, die gibt es so ein bisschen auch, die... Wallhack, ja? Ich lieg hier oben drin. Ich kann eigentlich gar nicht treffen. Auch wie er auf mich geschossen hat. Okay. Einer vorne, einer hinten. Kleiner Drecksack. Ja, liebe Zuschauer. Soll ich sterben? Geht wie ein Mann. Wieder eine richtig gute Idee, ne? In Zeit. Geht. Ey, Sati, wenn ich jetzt hier noch länger stehe, bin ich gleich schon tot. Wo ist der Elektro? Nein, ich bleibe bei Renzino. Aber ich stehe an der Straße an der Küste. Höhe des Brunnen. Ja, ich brauche ein bisschen Pinkhaut am Hafen. Am Hafen von Setoyaz? Nee, kein Zehner. Ja, das ist doch da direkt. Gehst du am Hafen, oder was? Ja. Ja, dann komm. Ich gehe von der Polizei bin jetzt. Ja, geh weiter, renn durch die Straße. Ich werde gleich schon sehen, gehst du nicht auf der Straße direkt? Bitte, ja, jetzt schon. Sind die bei der Bankstelle? Geht dann. Ich weiß nicht. Da hinten errennt irgendwer. Da bewegen sich Pixel. Klar. Da sind wir wieder. Ich bewege mich gerade. Verarschtig das denn, ich gehe gerade Treppe rein, raus, rein, raus, rein, raus. Damit der gar nicht auf die Idee kommt, hier reinzukommen, der Penner. Da hat er noch geschossen, oder? Hast du den noch gehört? Jetzt? Hier gerade? Ja. Ja. Hm. Genau. Das Druck. Du sollst die Nein, nein, komm an, komm an! Ich kann warten, ich kann warten! Are you friends? You are not friends, did you kill my friends? Okay, okay. Drop your weapon in the ground. Nein! You kill my friends! Drop your weapon in the ground. Marcel sagt einfach so, okay, okay, I can lock out. Dann kann man sicher rein. I can lock out. Okay, I'm friendly. Are you okay? You are friendly, you kill my friends. Why kill? And you are not alone. Jetzt sagt er nämlich nichts mehr. Er sagt die ganze Zeit, ich soll die Waffe runterlegen. Und vor wegen, er sei freundlich. Schießt aber zweimal auf mich, weißt du? Das nächste Mal, ich verschanze mich das nächste Mal nicht mehr. In so einer Pflicht. Jetzt hab ich direkt gerne irgendwo nach Hause. Ja, du hättest noch nicht mehr hingekommen. Wir hatten ein Schnellfeuergewehr. Wir waren beide mit unserer Mosin. Ich habe exakt zwei Schüsse, als ich in die Hausecke geguckt habe, abgefeuert. Ne Quatsch, einen links abgefeuert und auf der anderen Seite nochmal einen rechts abgefeuert. Und die haben bestimmt ein halbes Magazin schon Richtung Hausecke geballert. Ich werde das nicht überleben, was ich... Ja, ich sitze direkt nach dir dann. Und ich bin schon komplett grau. Was macht ihr da? Wir warten, dann müssen wir sterben. Ja, wir warten auf den Tod. Was macht ihr da? Hey, du bist tot, Lasse! Ja, ich bin tot tot. W- Voy jaki? Du bittest mich, was? Ich spürte die Frau das richtig. Ich bittest mich nicht. Du und dein Freund töten meine Freunde. Stimmst du als erstes? Scheiße. Liebe Zuschauer, ich nehme das jetzt gerade echt nicht mehr ernst, weil wenn ich sterbe, ich meine, der Typ, der diskutiert mit mir, wer als erstes sterben wird. Ich glaube, ich lasse die Folge durchlaufen. Durchlaufen. Vielleicht schaffen wir es ja noch so gerade. Da komme ich mit den Mistkabel und heue die Mistkabel in den Kopf. Glaub ich nicht. Einer steht vor dir links, einer steht Seite schon. Meine Hände schwitzen gerade wie Sau. War Angst? Nee, es ist so warm. Fuck! Wenn ich jetzt kombiniere, kommt der Hof gerannt. Wieso ist denn ein Magazin? Kombinier mal bitte, kombinier mal, Micha. Okay. Oh Gott, ich... So, ich trinke noch was. Wir müssen die Lähne halten. Wir kommen. Erkta, weißt du, wer das weiß. Das darf aber nicht. Hallo? Hallo? Hehehe. Eins, wo ich sicher reinschauen will, Redwood ist, äh... Äh... Deadman! Krankenstation? Wo heißt... Wo heißt... Wo heißt... Wo bist du? Auf englisch? Also, äh... Where are you? Where are you, genau. Deadman! Where are you? Ich hab ihn gesehen. Füße hab ich gesehen. Jetzt ist er wieder weg. Hahaha. Hahaha. Das gefällt mir. Deadman, come we play? Okay. Die müssen schneller moissin finden und... Fünf schluss. Ach. Irgendeine normale Pistole reicht ja. Wir sind da so drauf konzentriert. I'm not bad. You are bad. You kill me, fucker. Was? What? I fuck you, ma... What? Friendly man, friendly man. Ich bin wurslich, scheiße. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal, ob du jetzt davon stirbst oder... Hahaha. Lauf du mal hin und her. Mach... Aber mach die Tür zu, weil sonst können die durch die Fenster gucken. Lauf du mal kurz hin und her. Auf den Stein hier. Damit ich was trinken kann. Moment, voll drum. Hast du? Moment. Die Tür zu, Manny. Das pallas Er constitu ist nicht gekommen. Ich weiß. Warum taue mich? Warum will he tu hulle mich? Wir sind gerade mal bei der Factory. Wir können ihn aufwischen, wenn er da ist. So, kannst du wieder Platz machen? Ich mach das wieder. Soll ich reinschauen? Also Leute, ich glaube das wird eine Sonderfolge. Sind schon bei 20 Minuten angekommen. Hello Deadman! I have time. You too? Essen! Ich hätte noch keinen Hosen durchschnacken. Ich auch nicht. Trinken! Ja, das kannst du haben. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Manchmal so eine Spritze mit um einer RAM-Linie irgendwo. Das Problem ist, ich bewege mich da die ganze Zeit hin und her, deswegen ist das so turstig hinterher. Das war ich, das war ich, das war ich. Bleib unten, bleib unten. Gibt es hier eine Leiter da oben noch? Nein, nein, nein. Eigentlich nicht. Es sei denn, hier haben einer eingeführt oder ich weiß nichts davon. Scheiße. Was für eine Situation hat der Ritt mit uns gebracht? Komm, du wolltest das doch. Ich meine, ich habe jetzt richtig Spaß, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es böse ausgeht. Ja, auch wenn ich sterbe. Ich meine, trotzdem habe ich Spaß. Also ich verarsche den Typ. Ich glaube, der ärgert sich mehr gerade darüber, dass der nicht hochkommt, als dass ich nicht runterkomme. Ich bin schon weitergelaufen, ne Sati? Ja. Da war nichts mehr. Ey, lass die Tür zu, Alter. Was ist das? Mal von hier. Hier ist safe. Nicht rausgucken. Partyman! I am friendly, you are not. Ich habe auch nicht mehr so viel zu trinken und wenn ich jetzt Protector Cases öffne, dauert das über 100 Jahre, bis ich alle Protector Cases durch habe, um zu gucken, wo ich vielleicht noch was zu trinken habe. Da. Da habe ich alles. Ah, runter. Jetzt nehmen wir direkt mal mit runter. Jetzt kann ich gleich trinken. Heute bin ich so ziemlich hoch. Kennst du's Candyman-Lied? I'm a Candyman. uin. Oh, Mann, ey. Kam bei den Simpsons. Wo der Typ da, ähm, bei diesem Eis-Typ, wo der dieses hunderte, 100 Sekunden oder eine Million Sekunde ist, der Simpsons. Liebe Zuschauer, ich weiß, es ist nicht so spannend, aber ich find's lustig und, ähm, jo. Hello? Wir sind gleich bei 25 Minuten Folge und er immer noch nicht sehr rausgekommen. Ich hab jetzt zweimal seine Füße geholfen, ich glaub, auf einmal hab ich die Füße getroffen. Wie ein Zege lassen, oder was? Er hat seinen großen Ziel verloren. Come on, Mann. You will fight, come in. Jetzt kennt die Deutschen, der ist EU-19-Nationalmannschaft. Mögen wir es da noch werden, oder? Ja, die Nachricht wollte ich die eben überbringen, wo du abgabend bist. Das die Österreicher gegen die Deutschen verkackt haben. Ja, aber mindestens vierte ist ja auch nicht schlecht. Ja, für Österreich zumindest kann die EU-19 sagen. Haha, guck mal, was ihr Profis nicht geschafft habt. Ja, ist doch so, oder? Wir waren dabei. Guck mal, wir haben sogar noch Zeit, über Fußball zu reden. Guck mal, du möchtest! Deadman, du liebst Fußball! Hallo! Wie siehst du, Redwitt? Ich komm jetzt gerade wieder auf die Hauptstraße raus, und zwar jetzt! Kannst du gut damit? Ja! Kannst du mir sagen, wo du kommst? Ah, jetzt hast du. Macht nichts. Come on, guy. Please? Russland? Polska? Austria? Oh, nein, ey. Dann haben sie ja gerade den richtigen erwischt. Netherland? Guy, I have time. You must come in. Ist der die ganze Zeit noch weiter? Nö, nicht. Der sagt nichts mehr. Kann ich mir sagen. Hahaha. Ich glaube nicht, dass der weggegangen ist. Ich verzweifle das. Warte, so finde ich. Perfelt einen schneller? Ne, hätte gern die Polizena mitgekommen. Oh Mann, wird das ne harte Folge. Ich muss jetzt nen schönen Cut machen. Wird ja nix. Wo? Ich schneide doch nicht. Nein, das meine ich nicht. Achso, aber ja. Und was ist, wenn der Deadman wieder überspricht? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das heißt da links. Redwick war das, wo der Cremunten gespahnt ist. Das Grüne. Also ich hab Angst, dass das diese DSF-R-Typen waren. Waren die schon vorher drauf? Und dass sie da auf einmal mit drei Mann jetzt da stehen? Nein, nein, nein. Okay. Ja, warte mal. Was für ein Name kommt hin mit seinen Akzent? Lambruchitocchi? Manuela? Nee, Supermann. Wobei. Hey, you are a woman? Wo bist du? Wo bist du? Ich war eben kurz in dem grünen Haus auf der rechten Seite. Schauen wir weiter? Ja, wir werden mal. I will not play with you. Find die Schiene in der Flanke? Ja, ich jetzt auch. Soll ich nochmal einfach provozieren, runterschießen? Oh, was denn will ich? Schau mal, vielleicht in der Ecke, dass er sich dann ein Stück bewegt hat. Ich habe mich dann fast gewinnt. Was, ich habe mal gesehen, nee. Nee, ob du das siehst. Nee, der Wicht, dass er bloß in den Oben geht. Achso, ja, erinnert dich wieder. Ich habe mich wiederholt. Ja, gut. Geh bloß nicht nach oben, Alter. Das war ein Sniper. Ich habe den Schuss nämlich noch gehört, wenn er bei dir eingeschlagen ist. Ich habe nur so ein BZUM. Ich habe noch acht Schüsse. Acht Schüsse, wenn der hochkommt, müssen treffen. Bist du am Laufen? Ich laufe. Weißt du, was richtig Scheiße wäre, wenn man mal wirklich mal rumspinnen würde? Wir kämpfen jetzt gerade mit dem unten. Und hinter mir in den Raum lockt irgendeiner eine und macht gerade die Tür auf und macht mich Platz. Das wäre so richtig Scheiße. Ich meine, wir haben es ja mit Dings erlebt, ne? Wie hieß der noch? Wie hieß der, den wir da kennengelernt hatten in der Polizeiwache? Ich schlöse das nicht mehr. Ich war aber auch ein Österreicher, ne? Ja, war ein Österreicher. Bin mir sicher. Er hat doch auch so scheiß Internet gehabt. Mag sein. Wenn ich sterbe hier. Mann, während des Trinkens. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber ich glaube, jetzt nach 30 Minuten machen wir doch mal einen Cut. Und ja, sehen uns dann gleich wieder bei der nächsten Folge. Let's Play Day Z. Davjet D. Ja, wir haben uns dann noch ein bisschen. 食べ dich... Vielen Dank.